servus grüßt und herzlich willkommen im minecraft mit mir dem wolle schön dass wir mit dabei bist und schaust was ich hier so treibt und ich habe jetzt mal so ein stückchen weiter herunter gegraben nachdem ich zwischen der und der letzten folge eigentlich versucht haben gummibaum noch zu finden bis man dann gekommen ist ich brauche überhaupt kein gummibaum es gibt auch andere möglichkeiten wenn ich hier zum beispiel schauen nach rubber dann gibt es auch den drei rabber von industrial foregoing und das ist das gleiche wie er hier also das heißt ich kann zum beispiel so ein insulated copper cable auch mit dem rabber oder dem plastik machen von industrial foregoing also egal dass die vier setlinge verloren gegangen sind machen wir es halt mit dem und dann habe ich mir gedacht okay ich habe mich mal weiter runter ich brauche irgendwann ort doppelung das heißt ich muss ja mal weiter krabben und dann bin ich hier auf dieses loch gestoßen musste dann aber auch selber aufhören das heißt ich habe keine ahnung was uns jetzt unten erwartet aber ich würde sagen wir springen da mal rein zu tief ist es nicht das körper überleben yay ouch oh das ist schon mal gut im moment mal oh gott ich habe viel zu wenig fucking dabei aber mal schnell ein bisschen ausleuchten hier so oder ist eisen was bist du like zero im ohr project x keine ahnung erfreulich wenig mobs gerade hier das finde ich schon wieder sehr gut haben wir auch mal ein lichtchen hin da haben wir eisen eisen kohle und project x2 geschichten keine ahnung was wir die brauchen ich nehme mal die kohle mit ja und dann ist die frage soll ich eigentlich alles aufnehmen also sprich auch hier sämtlichste sachen die ich so nebenher treibt oder soll ich zwischendurch mal schneiden so wie es früher gemacht habe oder soll ich zwischen den folgen was machen oder lieber nicht das wäre schön wenn ihr mir da bescheid geben würdet schließlich soll es uns allen spaß machen ich meine ich muss es sowieso machen davon abgesehen und könnte natürlich hier dann schon auch das alles aufnehmen oder aber ich lasse es bleiben wie euch das lieber ist damit kann man schon mal ein grinding stone basteln das ist ja auch mal was wert nehmen wir hier noch die viele viele kohle mit viele viele kohle kohle macht glücklich so genau ich vielleicht mache ich da eine umfrage hat das wäre eine idee mal gucken wenn ich es irgendwie hinkrieg dann taucht es da oben ein umfrage dingen auf wo ihr entscheiden könnt alles aufnehmen ich habe doch ja da kommt es dann gleich überhaupt gespawnt möchte ich wetten aber ich brauche fackeln ich muss erst wieder fackeln machen aber das erstmal nehmen wir das eisen mit das eis nehmen an was bist du denn galena or level diamond okay das haben wir eh nicht erstaunlich wenig los hier gerade da hat sich doch nicht aussehen das ding geändert hier nö difficulty easy ja ich mache es immer auf easy das ist mir lieber als das andere ich bin weichei ich gib es zu was bist du denn okay level diamond wir müssen ja eh mal gucken aus was man eigentlich alles pickaxes basteln kann und du bist all level diamants alles level diamond sonst müssen wir mal schauen ob wir da wieder hochkommen so wie war das jetzt so war das bin ja dann pass auf dann machen wir jetzt irgendwie die stufe rein das erste sind wir mal die fackel hier weg und brauchen die mal dahin da ist doch schon mal gut das heißt wir würden hier runter kommen und würden hier weiter graben in irgendeiner form aber schon so dass wir hier diese höhle auch benutzen können also machen wir hier mal einfach ein größeres loch und dann schauen wir mal dass wir hier unsere treppe weiter führen können das heißt so ungefähr oder passt doch sehr gut sehr sehr gut dann können wir ja die zwei wieder mitnehmen den da und den da den brauchen wir auch nicht genau wenn wir mal kurz ein f7 machen ja super das habe ich mir gedacht wo habe ich denn diese fackel hin da schwierig wo stelle ich dich denn hin da mal und so naja fast fast oder habe ich nur ein eisen vergessen auch gut also dieses viele viele rot bereitet mir aber momentan nichts los ich habe nichts dagegen je weniger los ist umso besser weißt was dann holen wir uns aber die fackel hier nochmal kommst du her geschoben zu mir? na komm und stellen die mal da hin besser ist das besser ist das kleiner feigling ja ja ich weiß aber das eisen würde ich noch gerne mitnehmen davon abgesehen und dann schauen wir mal oh das ist ein schöner großer flitz holen wir uns gleich du noch oh da ist noch mehr yay so du bitte auch ups da kommen wir nicht aussehen so gut das ist weniger gut oh oh das ist auch nicht gut ah ok fackeln nicht dass mal plötzlich ein krieg beim haus steht und irgendwann stufen das nervt ja hier oder? oh god oder es ist schon wieder nacht draußen nacht ok wir bauen erstmal noch ein paar fackeln so wie viel kriegen wir denn? genau ein stack voll auch gut rein damit rein damit das brauchen wir eigentlich auch nicht dabei das auch nicht das brauchen wir nicht das eigentlich auch nicht das nicht das nicht das sollten wir uns die musik ist ein bisschen laut ha? jetzt da ja ich habe die musik jetzt wieder laufen die habe ich die letzten zwei folgen reingemischt weil ich es vergessen habe und jetzt habe ich sie wieder laufen das ist irgendwie besser vor allem bin ich so gewohnt 27 eisen da haben wir weißt was wir bauen uns jetzt auf jeden fall schon mal eine eisenpicke und nochmal eine steinpicke genau macht Sinn falls wir auf die schärferen materialien kommen genau dann macht es definitiv Sinn wir machen das jetzt mal so ich möchte es noch nicht verschwenden so schauen wir mal was kostet mich der Grinder eigentlich Grinder Quarz Grindstone ein Wudengier das ist machbar das sind irgendwelche Couple Stone Geschichten Schüsselstone ne das ist doch auch noch bist du Stone wahrscheinlich ja das ist normaler Stone das heißt ich muss drei Steine durchbrennen hm ja mach mal nach komm wir tun hier noch ein bisschen upsie ein bisschen Fackeln habe ich passt dann machen wir da noch eine hin so im Moment mal da nicht machen wir da hin weil den bauen wir weg und den auch besser dann tun wir mal die Fackeln davor und gucken wir mal dahinter da noch mehr ja ja komm wieso sind denn hier so wenig Mops unterwegs ich verstehe es gar nicht da noch eine hin wie gesagt ich bin nicht böse drum aber ist trotzdem strange gerade ne bin gespannt ob ich hier jemals wieder raus finde hei 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 wie weit gehst denn du noch du Höhle so das war's okay so von da kommen schon mal keine mehr passt was bist du Level Diamond okay können wir auch noch nicht und die hier könnten wir ach ich wollte mal gucken was man eigentlich alles Pick Access bauen kann nee so Taumium ja klar das ist hier Iron ist klar was bist du Goldene Survivalist Pick Ex Bronze Ingots okay normale Bronze Picke Ruby ah Project Red Exploration Geschichten die haben weiß ich jetzt nicht Taumkraft ja vielleicht demnächst erstmal müssen wir eine ja sagen wir mal eine Dings beieinander haben einigermaßen eine ähm sag schon ja Gott fehlen mir die Worte mir fehlen die Worte um Gottes Willen nee eine ähm äh halbwegs automatisierte Ressourcenbeschaffungsgeschichte erstmal aufbauen peng dahin reicht nicht dahin reicht gut nein ach es reicht ja wieder nicht na komm dann machen wir da auch noch eine hin egal wir haben es ja wir haben es doch so her mit dem Zeug Amber Bearing Stone brauch ich noch nicht da unten ist auch noch alles rot mei 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 du achso da geht es ja da noch in die Ecke runter erstmal das Zeug mitnehmen Hammer Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit und da müssen wir mal schauen dass wir uns auf eine nachhaltige Elektrizität einigen in irgendeiner Form das war warum ich eigentlich so verzweifelt Bruce gesucht habe aber das geht auch mit anderen Bäumen da gibt es nämlich eine ganz coole Geschichte von Thermal Dynamics glaube ich ist es oder Thermal Foundation also von den Thermals halt wie man aus Bäumen Strom machen kann aber dazu brauchen wir auch erst noch Redstone und so ein Zeug so und Redstone kriegen wir hier auf der Ebene definitiv noch nicht oder wo sind wir denn 30 jawohl schön langsam Licht ja sag einmal Licht Licht reicht es nicht wo geht es denn da hin immer noch keine Monster unterwegs Licht Licht ja Licht cool hier schön oh Gott da oben kommen wir gerade nicht hin Licht passt da oben müssen wir aber auch Licht machen ich frage mich wo die ganzen Monster sind keine Monster das Modpack ist kaputt nö glaub nicht da geht es auch noch weiter so erstmal ausleuchten erstmal ausleuchten passt passt oh wow oh oh jetzt höre ich welche okay sie sind doch nicht ausgestorben so eieieieiei richtig fette Schluch und da kann keiner ja und tschüss dann noch hier schnell ein bisschen ausleuchten ich höre euch so so okay ausgeleuchtet sehr gut weil wie wir ja wissen verlieren wir unsere ganzen Items ne wenn wir hier drauf gehen und da einmal drauf gehen reicht erstmal man muss es nicht übertreiben nee 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 du man muss es nicht übertreiben gut ach komm das hört sich so ungesund an ich glaube ich muss hier mal warte mal hab ich denn das ja so mal die Karte hier ein bisschen vergrößern sie sind alle in der Nähe aber noch weit genug weg also das Modpack ist nicht kaputt wir haben Monster drauf oh Gott da hatte ich jetzt einfach nur Glück oder dass vorher die ganze Zeit kein Star war so ja Eisen 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 und dann bauen wir uns den Greenstone komm her und können die schon mal verdoppeln was ja auch schon mal was wert ist komm das bauen wir jetzt wieder zu das Loch hier das bauen wir wieder zu aha wenn ich dich wegnehme reicht es dann mit dem Licht jawohl passt gut machen wir es so ja wo kommst denn du her ah verdammt ich muss aber da wieder hinter oh 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 hey so nicht mit mir mein Freund müssen wir herkommen oh von da oben irgendwo hm da ist es der der uns vorher gesehen hat oder hat uns der verfolgt noch so einer komm 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 und tot ja ich auch gleich wenn ich so weitermache Wolle hör auf mit dem Scheiß okay so von da oben könnte es auch runterfallen egal wir können uns nicht komplett schützen so die noch schnell gemampft dann warum trage ich eigentlich eine rohe Kartoffel mit mir rum das ist ja auch total bescheuert ist doch das wir nehmen das Eisen noch mit Zertusquartz auf jeden Fall da schießt wieder einer auf mich komm Kupfer nehmen wir auch mit kann man immer brauchen und sind natürlich genauso so so gut haben wir auch noch mehr Zertusquartz nehmen wir auch gleich mit super lohnt sich auf jeden Fall hier gut und noch mehr davon jawohl nur her zu Papa komm zu Papa liebes kleines Zertusquartz okay gut da passiert nicht mehr viel ja gut dann wie machen wir es jetzt genau also ich werde es hier zwischen der und der nächsten Folge bei diesem ist wieder gleich rum hier noch ein bisschen nur hier auf der Ebene noch das Zeug mitnehmen was so auf dem Weg nach oben ist ich würde sagen wir treffen uns dann oben wieder in der nächsten Folge und dann schauen wir mal ich wie gesagt ich werde eine Umfrage starten und einmal gucken wie ihr das gern haben wollt soll man wirklich alles filmen soll man nur gewisse Sachen filmen soll man zwischendrin schneiden wenn es langweilig wird soll man vielleicht schneller werden also mal so ein bisschen weil schon ein Zeitraffer reinschmeißen irgendwelche solchen Geschichten das werde ich dann mal fragen wobei beim Zeitraffer wenn man hier so rumtun da könnte es auch ganz schön übel werden kann ich mir vorstellen Zeitraffer macht mir ja bei Hausbau oder so Sinn oder egal wie gesagt ich werde es mal nachfragen was ihr dazu meint und dann schauen wir mal dann sehen wir schon und genau und dann war es das jetzt leider schon wieder für die Folge ich hoffe es hat dir gefallen wenn ja dann würde ich mich freuen wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist und das könnte ich ja mal wie andere auch sagen vergiss nicht zu bewerten ein Däumchen nach oben Kommentar ich freue mich immer und Abo auch falls noch nicht geschehen und ja dann sehen wir uns beim nächsten Mal mach's gut ciao ciao und servus bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal